In dem Vorschach wird auch das letzte Spiel, 3-2-1, mit dem 6.7, dem 6.1 und damit ist es klar. Hier in dem Vorschach wird im 8. Finale großer wissenschaftlichen Gast sein, den TTB-Longal. Was für ein Erfolg, auch das haben wir an die anderen Mannschaften. TTS-Posum, TV Leiselein, die Berliner Rüscherberg für spannende, tolle Spiele, gute Matches. Und dann auch noch eine gute Anreise. Danke an alle, die da waren bis zum 8. Finale.